Hallo und herzlich Willkommen bei Fettspielen. Mein Name ist Susanne. Ich bin Daniel. Und wir übernehmen heute das Sims 4 Let's Play von Fritz. Genau. Und wir haben uns dazu entschieden eine WG zu gründen. Und ich fange jetzt mal an mit meinem Charakter. Und wir haben uns schon ein bisschen was überlegt und ich werde hier den wunderbaren DudeBro50...ne 75 Cent war es, ne? Ja, 75 Cent. Ein Bro ohne W. Warte mal. DudeBro. Genau. Ja, ich habe es noch nie gespielt. So, was machen wir da jetzt? Wer in bestrieben? Okay, guck mal. Was kann der denn? DudeBro will auf jeden Fall. Kennt ihr Sport oder Geliebtheit? Oder die Wilds. Ähm, Devianz. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ähm, wo ist das denn? Oben in der Mitte. Devianz? Ah, nie halt richtig. Ja, da kann man so Streiche spielen oder alles. Ach so, aber DudeBro ist halt so... Ja, stimmt auch. Meist du so ein DudeBro halt? Der geht halt dann ins Fitnessstudio. Schon klar. Oder das. Wir können ja auch erstmal die Merkmale suchen und dann gucken, was zu ihm passt. Ja, genau. Gucken wir mal. Natürlich muss er aktiv sein. Hm, okay. Er ist aktiv. Hm, was ist er denn noch? Es gibt sogar eine Eigenschaft, Bro. Ich glaube, die ist ganz am Ende. Eigenschaft Bro? Es gibt die Eigenschaft Bro. Oh, Bro. Er ist ein Bro. Oh, ja. Die finden sich dann toll, wenn andere Bros in der Nähe sind. Ah, okay. Was ist der denn noch? Was ist das denn? Mark Hörnigen. Oh, liegt der Naturkaot. Er ist schon ein Chaot. Oder der könnte auch ein Vielfraß sein. Hm, ein Vielfraß, der erklärtisch ist? Ja, ich glaube, Chaot passt aber besser. Oh. Oh, no. Ja, oder tollpatschig. Oder wahnsinnig nett. Oder materialistisch. Das würde auch gut passen. Ja, mach ich das mal weg, mach ich materialistisch. Ja. Ja, siehst du? Oh, ja. Ja, perfekter Drip, Bro. Okay. So, das gucke ich nochmal. Bestreben. Da würde ich schon eher so sporteter Beliebtheit. Guck mal, was es bei Beliebtheit gibt. Da gibt es noch unsere Unterkategorien. Partylöwe. Freund der Welt. Nein. Nein. Gibt es bald auch nicht. Partylöwe passt schon gut. Ja, Partylöwe passt schon gut. Irgendwie, ich gucke auch nochmal bei Sport. Da gibt es noch eins. Bodybuilder. Ne, der soll schon ein bisschen nicht so bodybuilderhaft sein. So. Cool. Okay, Bonusmeichmal. Ja, er kriegt jetzt irgendwie eine Eigenschaft, dass er besonders gut andere Leute überreden kann. Keine Ahnung. Gut, wo mache ich jetzt weiter? Du musst auf ihn draufklicken und dann Sachen verändern. Okay. Genau. Das machen wir mal weg oder wir geben ihm so eine Chugger-Kette da. Was ist das da drauf? Ja, okay. Passt jetzt nicht so unbedingt zum Dude-Bro? Ich finde, das da unten passt gut zum Dude-Bro, oder? Das da? Ja, bestimmt. Oder es sieht ein bisschen kindisch aus. Aber Dude-Bro, was? Ja, egal. Was? Was? Okay. Bist du gleich in die Augen gerutscht? Ja. Gucken wir mal. Wie könnte Dude-Bro aussehen? Hm. Werde ich ein vorgefertigtes oder selber eins? Nein, du kannst ja auch eins klicken, das womöglich so ähnlich aussieht. Und dann musst du nicht so viel anpassen. Dude-Bro muss leider helle Hautfarbe haben. Weil so... Es ist ein Dude-Bro. Ja. Der ist immer... Okay, Dude-Bro. Der? Ja. Doch, schon so? Mit dem getönten? Ja. Aus dem Sonnenstudio? Frisch? Stimmt. Passt eigentlich schon. How did Ties? Oh, ein Schönheitsfleck an der Lippe. Das stimmt nicht. Das hätte sich jeder Dude-Bro weggelasert. Meinen? Nee. So viel... So eitel sind die Dude-Bros glaube ich nicht. Meinst du? Nee. Okay. Haare. Was hat der für Haare? Die haben normalerweise, wie ich würde sagen, so kurze... Mhm. Ein bisschen gegeben. Aber man sieht es ja eh nicht unter dem Käppi. Ja. Unter der Kappe ist es eh egal. Und da sind sie wahrscheinlich eklig verschweißt. Ja. Ja. Oder sowas? Das sieht fast zu brav aus. Zu brav? Meine ich ja. Sowas? Hm, das vielleicht. Ja, das. Ja, ich lass mal das. Was hat der für Haare des Blond? So. Was haben wir denn hier noch? Ähm, du kannst auswählen, ob er andere Frisuren haben soll. Ach so. Wenn er eine Abendkleidung anhat oder so. Mhm. Mein Gott, der sieht fast zu seriös aus. Ja, mit der Krawatte, ne? Ich glaube, wir brauchen noch einen 3-Tage-Bart oder so. Mhm. Mhm. Wow. Was mach ich denn da? Immer wenn du auf etwas klickst, wählst du das aus und kannst es verändern und ziehen. Ja, ich hab's schmeckt. Und es wird noch schlimmer, weil man kann noch in den Detail-Modus gehen. Ja. Dann kannst du die Nasenflügel einzeln stellen. Okay. Also es ist sehr gut für Mikro-Management dieses Spiel. Ja, so viel Mikro-Management wollen wir jetzt gar nicht, glaube ich. Mhm. Ähm. Warten wir mal. Der darf nicht so dünn sein. Hm, da können wir das insgesamt einstellen. Schon so, so, so. So ein bisschen so. Oh. Okay. Okay. Ja, wir sind noch bei der Sportkleidung. Gott, der hat so einen scheiß Vorausschnitt. Hahaha. Okay. Ja, wohl. Das ist ja ein bisschen, ja, ja. Schnauer. Das ist am ehesten für Dude Bros. Das? Ja. Ja, stimmt. Oder eine Jacke mit so einem Adidas. Ja, müssen wir mal gucken, ja. Was hat er denn beim Schlafen an als Land? Nichts. Ausgekleidung. Ja. Ich finde das mit dem Schal schrecklich. Welches? Ähm, das da. Oh Gott. Oder das? Ja, das finde ich schrecklich. Mit dem BWL Style. Hahaha. Ich finde die Sportjacke würde vielleicht zu einem Dude Pro passen. Die war ganz oben. Ganz oben? Ja. Äh, die dritte. Das würde zu einem Dude Pro passen, finde ich. Das auch? Mhm. Okay. Oder das. Ja, gut. Ich nehme mal das. Okay, was hat er für Hosen an und wo ist das da? Das ist die normale Kleidung. Ja, die müssen wir auch noch ändern. Mhm. Okay. Da ist doch fast dasselbe, ne? Ja, und mehr. Ich glaube, die Alltagskleidung ist fast alles. Die hat keinen Filter. Da ist auch wieder so eine Jacke. Also hat immer dasselbe an. Ja. Ist halt ein Bro. Wow. Er muss auf sowas nicht so unbedingt achten. Ja. Der hat auch fünfmal dieselbe Jacke. Mhm. Oder er wäscht sie niemals. Mhm. Okay, okay. Das haben wir alles. Jetzt die Hosen. Mhm. Tja, Hosen sind Hosen, ne? Naja, hier ist noch der Ausgekleidung Filter drauf. Den können wir wegklicken, dann sehen wir ja wieder alle. Können wir ihm auch Shorts anziehen? Mhm. Ah, das ist schrecklich. Naja. Ja, ein bisschen, ne? Oh, das ist ekel. So ein bisschen Baggy. Uh. Nee. Das sind normale Jeans, oder? Ja, das mache ich im Zweifelsfall auch immer. Jeans für jeden. Ja. Das ist am besten. Okay, mal gucken. Was denn hier noch? Okay, das ist Standard. So, Accessoires hatte ich hier das. Okay. Eine Uhr. Fünf Ringe. Hm. So, so. Der hat auf jeden Fall so dumme Ringe an. Okay. Was hat er für Socken? Ja, das spielt eigentlich nicht so viel so. Alter, die Socken sind so schrecklich. Ist kariert. Der hat noch ein Armband an. Das man nicht sieht. Wegen der Jacke. Ja, schön. Ringe, okay. Können wir auch nicht sehen. Die Schuhe. Ja. Ja, wir sollten sie vielleicht wenigstens blau oder gelb machen. Oh Gott. Okay, mal gucken. Blau oder gelb. Oh, die Socken. Ja, aber ich denke mal. Ja, ja. Stimmt, der hat keine Socken da, ne? Oh, ich hasse. Okay, das finde ich okay. Ja, ne? Kann ich irgendwie so ausstellen? Ja, hier so irgendwie so die Schulter packen. Du kannst die Schultern ziehen, ja. Du kannst einfach draufdrücken und dann. Oh, ja. Okay. Hm. Gibt es noch irgendeine Möglichkeit oder irgendwas, wo du sagst, da muss ich noch mal unbedingt hin? Hm. Nein, wenn du nicht unbedingt Augenfarben vielleicht anpassen willst. Ja, das ist eigentlich egal. Gut, dann würde ich das mal lassen, sonst brauchen wir hier 100 Jahre. Genau. Dann mache ich hier mal. Nein, nein, das nicht. Erster Fehler. Wir müssen hier unten, genau. Ah, ah. Sehr gut. Einen neuen Sim machen. Genau. Gut, dann mach dich mal als Weg. Oh, das wäre auch ein guter Dude, Bro. Oh, stimmt. Oh, stimmt. Es sieht so ein bisschen, ähm, Richards, äh, Tony Stark-müssig aus. So ein bisschen, ne? Okay. Ähm, Name, meine, also als beliebte Spächer. Ich wollte eine Frau machen erstmal. Ja. Ich wollte eine Frau machen erstmal. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht so ein bisschen Tussi-mäßig, so. Ja. Das alte Vorurteil. Ja. Was wäre da gut? Paris. Ich weiß gar nicht, worauf das eine Anspielung sein soll. Mhm. So, okay. Sie ist verwandt mit Dude, Bro. Ist der Bruder. Ja. Genau. Dude, Bro. Und sie hat, oh, oh, die Stimmen haben wir gar nicht ausgewählt. Und die Gangart. Oh, oh, das müssen wir alles noch machen. Das müssen wir noch machen. Hier, was für ein Gang. Hochnäsig. Ja. Oh, perfekt. Es gibt noch einen Femininen Gang, der wird vielleicht auch passen. Oh nein, der ist fast schon zu normal. Ja, hochnäsig. Ja, unbedingt. Aber da passt diese blöde Stupsennase schon, die sie hat. Die ist nämlich, wow, ist die klein. Okay. Cool. Sie ist auch ein bisschen gefärbt. Gefärbt? Also, ich meinte, gebrannt. Okay. Wobei, eigentlich seht jede Hautfarbe in Simpsium natürlich alles. Ja, das stimmt. Also, genauso mit den Haaren. Da gibt es halt keine Haarfarbe, die ich sage, wow, die ist jetzt sehr natürlich. Ja. Ach, sie muss natürlich super blond sein. Ja, muss natürlich. Sonst wäre sie kein Lookbar. Oh Gott. Lange Haare wahrscheinlich. Hm? Vielleicht sogar mit Strähnchen. Gibt es hier was mit Strähnchen oder so? Warum? Nur das. Das ist fast. Ja, das ist zu Barbie-artig, finde ich. Das erinnert mich an Barbie. Ja, ich finde auch die Frisur an sich so nicht so gut für sie. Jetzt kann ich mich nicht entscheiden, aber ich glaube, die erste war sogar fast die beste. Das sieht irgendwie sehr alt aus. Ja, kann gut sein. Welche war denn die erste? Ich habe es schon wieder vergessen. Die war doch die, oder? Ja, ich glaube, die war das. Okay, dann so mit diesem Zopf. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Natürlich tonnenweise Make-up. Ja. 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 Unbedingt. In rosa am besten. Nein, nicht in rosa. Pfui. Ihre Augen sind grün? In grün? Ja. Das unterstreicht das ein bisschen. Ja. Das ist ja auch total nötig. Ja. Oh Gott, wie schrecklich. Ja, ich finde es passt. Ja, lass das. Ich finde es, ja. Ein bisschen dezent können wir es machen. Ich habe nie verstanden, was das bringen soll. Also es soll wohl anscheinend irgendwie die Lebendigkeit von der Haut und so betonen, aber ich fand es immer schrecklich. Ja. Aber sie braucht es natürlich. Ja, natürlich. Das sind so ein bisschen Hautfarben. Okay, Lippenstift ist das zweitschrecklichste, was man so machen kann. In pink. Sieht man ganz. Man sieht es kaum, ne? Ich glaube, das soll Lipgloss sein und das ist der richtige Lippenstift und der sieht dann richtig fies aus. Clowns Make-up. Ja, der Lipgloss geht sogar noch. Er ist fast schon zugeschmackvoll. Ja, da sieht man gar nichts davon. Mhm. Ja, nun lass das so. Sieht normal aus. Ja. Passend. Gut. Oh, enthält neue Objekte. Ah je. Okay. Lange baumlige Rohrringe. Ja. Die man sieht über den langen Hang. So gut wie gar nicht. Sie hat aber keine Boulder. Ich glaube sie hat beim Sport hat sie einen auf. Mhm. Und zwar so eine ultra hässliche riesige Sonnenbrille. anders. Die ist fast schon sowas hier in der Richtung. Am besten in... Oh Gott. In Gelb. Oder schon? Nee, das muss schon ein bisschen von den... Ja lass das. Das schwarze. Das schwarze? Wahrscheinlich macht das so lockig. Gibt's ja Locken. Ja. Oder hier sowas. So ein Seitending. Ja. Perfekt. Mit so Undercut ist das auch? Nee, das ist nur zurückgekannt, oder? Ah nee, ah ja. Ja. Wobei hier sieht so ein bisschen so aus, ne? Ja, fast. Nee, ist zurückgekannt. Einfach nur. Aber es passt auf jeden Fall zum Ausgehen. Ja. Und genau so abends. Jetzt sind wir mal einfallslos und machen dasselbe abends. Gut. Gut. Ja, ich glaub... Ja, nachts. Hatte den Zopf. Fertig. So. Ähm. Okay. Ihre Kleidung. Oder generell ihr Aussehen. Ähm. Das ist so ein bisschen langweilig. Meinst du? So ein bisschen. Können sie ja so rummachen. Und so. Die war schon beim Chirurgen. Ja, die war schon. Ach so. Das ist das erste, was sie gemacht hat, als sie 18 wurde. Ja, ich wollt's grad sagen, ne? Ja, das... Also, sie hat keine Organe. Ja, sie hat sich auch eine Rippe entfernen lassen. Oder zwei. Oder... Nein, vier sind's sogar. Dann... Okay. Oh Gott, die sieht's furchtbar aus. Oh Gott. Das hab ich getan. Ihr Rückenprobleme verschafft. Ja, auf jeden Fall. Okay, ähm... Also, sie kann eigentlich keinen Sport machen damit. Nee. Sie hat ja auch keine Lungen... Nee, nee. Sowas vielleicht? Nein, das sieht auch tof aus. Aber ich glaub mit der... Damit sieht alles so aus. Ja. Mach's vielleicht ein bisschen kleiner. Ach so, ein bisschen. Okay. Ja, so. Okay. Nein, langweilig. Für sie zu langweilig. Nee, nee. Das ist zu langweilig. Oder so eines. Ja, das. Mit Rücken. Ja, ich würd das nehmen. Nehmen wir das. Gut. Ähm... Abends vielleicht ein Kleid. Mhm. Oh Gott, ich kann das kaum. Oh Gott. So, falls man wenig anziehen möchte. Ja. Aber da sind alle Kleider hier. Ja, okay. Dann... Das sogar. Dann passen sie alle sogar. Ja. Also nichts langes, würd ich sagen. Nee, auf keinen Fall. Vielleicht... Das... Oh. Das sieht so schrecklich aus. Ja, dann nimm das in die Lila. Oder das. So richtig Püppchen. Ja. Das. Und da fehlt noch oben irgendwas um den Hals. Sorry. Gut. Die braucht aber halt auch mega viel Accessoires. Oh, stimmt. Oh, das hab ich vergessen. Okay. Fangen wir an. Ähm... Ein Armband. Ach, das sind... Ach, das sind... Ach, das sind... Ach, für das gibt... Für die andere Hand gibt's nur das. Okay. Dann muss das rosa sein, irgendwie. Oh, passt sogar. Ringe, Ringe, Ringe. Oh. Haha. Okay, man kann insgesamt drei Ringe machen. Dann hier auch wieder das rosa. Vielleicht das da? Okay. Ich hab keine Ahnung, welches sein. Welcher Ring das ist? Ja, ich würde das mit dem Grün auch mal. Ach, meinst du? Ja, mal so ein bisschen Kontrast drin. Irgendeiner davon ist Gold. Ich glaube... Der da. Aber das sieht man eigentlich fast nicht. Also ist es okay. Gut, dann brauchst du jetzt hier oben Kette. So Behänger? Ja. Behänger? Ja. Oh, dann können wir den Stein mit dem... Mit dem Grün da lassen. Das ist das Willingste. Stimmt. Dass das so einen Sinn hat. So ein bisschen Matching. Ja. Und die Schuhe. Was, glaube ich, das Schlimmste ist. Und die Ohrringe. Ach, die Ohrringe. Ach, die hat sie ausgezogen. Für die Abendkleidung. Große Bammelohrringe. Normal haben wir das, glaube ich. Hm. Können wir jetzt das nehmen? Vielleicht? Passt nicht zum Rest. Hm, irgendwie nicht. Das ist... Was mit dem Grün. Oder... Nein. Oder ein Posnotralis. Hm. Gibt's nichts mit diesem Stein? Ich probier mal das da. Das da? Ja. Ach, können wir das? Hm. Das ist blau. Das passt. Das. Okay. Schuhe. Schuhe, Schuhe. Auf jeden Fall hochhackig. Hochhackig? Ja, so... Es gibt fast nichts anderes. Zumindest bei der Abendkleidung. Ja, so richtig halt. So richtig, dass man's sieht und... Ah, so richtig? Ja. Die sind alle gleich hoch, habe ich das Gefühl. Gibt's keinen... Super-High Heals, wo man so richtig auf den Zähnenspitzen steht und gar nicht runter... Ich glaube, ich mach das mal weg. Vielleicht gibt's da noch welche. Ich glaub nicht. Nee, es gibt nichts Hochhackigeres. Dann müssen's wohl solche sein. Ach hier, das sieht doch Tussi aus. Super. Okay. Äh, genau. Die Sportkleidung. Hm. Aber ich wollte hier eigentlich so ein Bikini machen, weil früher gab's bei Sims Bodykleidung. Ja, 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 ich weiß. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie hier ersetzt worden, aber da es ja keine Pools gibt, gibt's kein Bikini. Ist natürlich dumm. Obwohl da... Ja gut, hast du das Sport-BH. Das... Aber nicht cool. Nee. Entweder blau oder rosa. Ey, guck mal, das blau passt sogar schon. Ja. Ah, gut. Dann müssen wir nur noch die Schuhe anpassen. Ähm... Hier. Die vielleicht? Ja. Und sie hat graue Socken an. Passt aber zufällig. Ja, passt. Gut. Wer geht denn mit dem Armband joggen? Alter, echt? Ferris geht mit dem Armband joggen. Ja, ich weiß. Jeder... Oh, da gibt's eine Weltraum-Leggings. Oh mein Gott. Eine Weltraum-Legg... Ey, die sieht so dumm aus. Die lassen wir. Okay. Schlafanzug! Ich hab noch nie so einen hässlichen Schlafanzug gesehen. Ja, das ist furchtbar. Weißt du, was das ist? Das ist so Army-Style. Echt? Ja. Das hab ich noch nie gesehen. Doch. Army-Style. Pff... Nachthemd? Quietscheunterholung? Sowas. Sowas ganz normales. Sowas ganz so Mädchenhaftes. Gibt's überhaupt nicht mit... Wie im alten Sims mit... Dingsmuster. So Entenmuster oder Bärchenmuster. Ich glaub nicht. Dann Hemd. Das sind die Scheuerstar-Art. Nee, ich glaub sowas. Weil die sind echt ganz so verschüchtertes Mädchen, weißt du? Ach so, ja. Okay, aber die Hasen. Ja, die bleiben. Die Pantoffeln, die sind gut. Okay, ja, Ausgeoutfit. Also das ist zu rockig. Ja. Sie muss unbedingt... Was ist das? Das passt aber eine ganz skurrile Weise. Ja. Aber die Schuhe nicht. Nee. So. Da darf es auch nichts Flaches sein. Nein. Eigentlich müsste es noch höher sein. Hm. Das ist doch gut. Also die Farbe vielleicht, oder? Nee, die Farbe gibt's nicht. Da? Perfekt. Als wären sie dafür gemacht. Ja. Wahrscheinlich sehen sie das sogar. Haben wir denn die Alltagsleitung schon angerichtet? Ach! Da hat sie immer noch die langweilige Hose an. Ja, die sollten wir entfernen. So ein Tussi hat... So ein Mensch hat entweder Hotpants an, oder... Guck mal die Hotpants durch. Das ist nicht... Das ist glaube ich Sporthosen. Ja. Also für mich sehen fast alle Hotpants außer Jeans-Hotpants aus wie Sporthosen. Die sind sogar für sie. Das ist auch nicht das Richtige. Hä? Warum kann man ihr Unterhosen anziehen? Sogar noch in diesem Moment Mutrot. Ähm, da beißt sich furchtbar. Ja. Warum nicht einfach Hotpants? Ja. Super Hotpants. Ja, Super Hotpants. Dann nehmen wir Super Hotpants. Oh Gott, die sind ja... Oh sehr knapp. Die sind furchtbar, deswegen nehmen wir die. So! Schuhe. Pfff. Alltagsschuhe könntet ihr eigentlich fast flach anziehen, obwohl... Nee. 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 Niemals. Haben wir die nicht schon beim anderen? Nee, das war die Ausbildverhandlung. Ähm, ich weiß gar nicht welche wir da genommen haben. Was nehmen wir? Oder Flipflops. Nee, das ist nicht... Das ist... Zu Kaju. Vielleicht soll ich ja mit furchtbaren Durchgängen absetzen. Ja, 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 ja. Total schlecht. Mit so eckigem Bast außenrum oder was das sein soll. Genau. So. Ich hab gar keine Farbe, die dazu passt. Ähm, Mist. Ähm, ja. Das könnte noch gehen. Das könnte wirklich noch gehen. Lass das mal. Okay. Dann haben wir sie. So, jetzt müssen wir in ihre Sachen... Ach ja, ihr Charakter. Sie hat einen Charakter. Oh. Äh, ja, genau. Danke, Tutorial, dass du's wieder wegklickst. Okay. Was ist sie? Die können schon gemeinsam, oder? Ein bisschen? Meinst du? Pssst. Dass sie so Leute so piesagt und so... Oh, ja, stimmt. Okay. Sie ist ein Snob? Ja. Auf jeden Fall. Ach. Sie könnte aber auch materialistisch sein. Snob oder materialistisch? Minderwertige Objekte kritisieren, reagieren gelangweilt auf Fernsehprogramme. Was ist bei dem anderen noch? Also die ist ja hobbymäßig. Genießerin? Perfektionistin? Hm. Sind davon irgendwas? Was ist noch das andere? Selbstsicher ist die. Oh ja, auf jeden Fall. Ein selbstsicherer Snob. Ich hab' ihr schon einen Namen gegeben. Toll. Danke. Ja, es nervt ein bisschen mit dem Tutorial. Zumal wir es die ganze Zeit schon ignorieren. Ja. Okay, was ist die? Okay, wenn sie ein Snob ist, sonst... Selbstsicher. Müsst du eigentlich auch jemand was mit Beliebtheit machen. Ja. Oder Vermögen. Ah, genau. Sie möchte... Kerlreich. Oder eine Herrenhausbaronnis haben. Gibt's auch doch, dass man einen reichen Dude heiraten möchte? Nein, gibt's nicht. Scheiße. Ah. Okay. Ähm... Herrlich reich. Also reich? Herrlich reich oder Baroness? Baroness ist sogar noch schlimmer. Nee, ich würde Baroness nehmen, weil guck da steht, bevor Erfolg im Beruf haben, aber die will ja gar nicht arbeiten. Stimmt. Sie möchte einfach nur viel Geld. Das ist viel einfacher. Passend. Okay, dann haben wir dieser. Äh, ihre Stimme noch. Ach, stimmt. Und die Stimme vom Dude-Bro brauchen wir ja auch noch. Ja, das haben wir vergessen. Ja. Genau, ja. Oh Gott, wie schrecklich. Ja, das finde ich schon gut. Das ist, glaube ich, irgendwie so eine Art Akzent. Mhm. Mhm. Ich finde das am besten. Gut. Gut. Dann müssen wir den Dude-Bro auch noch die Stimme geben. Ja. Okay, warte. Umiva. Aha. Das ist brüchig. Mhm. Das? Oder das? Das? Ja, das. Okay. Und er braucht noch eine Gangart. Ah, stimmt. Okay. Selbstbewusster Gang. Oh mein Gott. Was ist das? Warum ist das selbstbewusster Gang? Ich habe es auch nicht verstanden. Nein. Das hat er sie. Okay. Selbstbewusster Gang. Das könnte gut passen. Vielleicht noch diese aggressive Gang? Strammer Gang. Ja, das. Das ist das trotteliger Gang. Ja, der wird immer besser. Ja. Fädernder Gang. Ist das neu? Das kommt mir gar nicht bekannt vor. Kann sein, vielleicht mit dem Update. Vorhin hat es geupdatet. Aha. Mhm. Das. Ich habe schon eine Weile privat nicht mehr gespielt. Ach so. Deswegen habe ich schon vergessen. Gut. Wir wollten noch eine Person, ne? Genau, noch eine Person. Das ist das der Mitbewohner, ne? Genau. Wo stelle ich das denn nochmal ein? Ich glaube, das ist die Ausgangseinstellung. Ach so, okay. Hat er. Von ihm. Ja. Ja, ist schön. Er kann natürlich mit Paris verheiratet sein. Oder das? Nee. Dazu ist er zu jung und nicht reich genug. Ja, stimmt. Okay. Teenager, oder? Hätten wir eigentlich alle ein Teenager? Ja gut, egal. Ähm, okay. Ich will zuerst, ähm, wie heißt das? Ach, wir wollten ja den, ähm, Max Mustermenschen bauen. Genau. Oder Martin Mustermensch. Martin Mustermensch. Haha. Okay, äh, wie sind's? Genau. Und jetzt da vorne? Martin. Okay. Und was ist der? Er ist ein durchschnittlicher Mensch. Was möchte ein durchschnittlicher Mensch? Natürlich. Große, glückliche Familie. Große, glückliche Familie. Große, glückliche Familie. Okay, mal gucken. Der durchschnittliche Mensch, oh je. Ist er fröhlich, romantisch? Nein, ich glaube eher fröhlich, oder? Okay. Also nicht die deutschen Musikermenschen. Ja, die sind immer zufrieden. Dann können wir, das können wir eigentlich auch machen. Den durchschnittlichen Deutschen. Ja, stimmt. Okay. Was ist der? Perfekt der Nist. Ja, stimmt. Der durchschnittliche Deutsche. Deswegen ist er auch immer so unzufrieden, weil nichts perfekt sein kann. Ja, ja, weil nichts ist perfekt. Okay, was ist Ehrgeiz, V, Materialistisch, Stoppatschisch, mhm, mhm, mhm. Ordentlich, natürlich. Passt perfekt zu Du, Bro. Oh yeah. Oh Gott. Perfekter Mitbewohner. Ich sehe jetzt schon Spannung. Ja, ist ein bisschen, ich könnte auch, ja. Okay. Wieso? Wir haben den perfekten, ordentlichen, schlecht gelaunten Deutschen. Ist doch perfekt. Passt. Okay, wie sieht er aus? Gesicht. Ich kann auch einfach mal einen Zufall machen. Ich glaube für den durchschnittlichen Deutschen ist das zu dunkel. Vielleicht. Wie war es noch? Der durchschnittliche Deutsche ist männlich, wohnt in einer Single-Wohnung in dem Raum von Köln, ist 32 Jahre alt und arbeitet als Angestellter. Aha, okay. Ja. Wusste ich nicht. Ja, das war irgendwann mal so eine ganz dumme Studie. Okay. Wo so alle Statistiken zusammengenommen haben, wie denn der Deutsche sagt. Der? Ja. Ja und es ist natürlich männlich, weil es irgendwie so ein bisschen mehr Männer als Frauen gibt. Ja. So ein Prozent mehr Männer. Hm, gucken wir mal. Das ist einfach mal das Gesicht. Ja. Aber ich glaube die Mütze passt nicht zu den langweiligen Deutschen. Nee, die machen wir gleich noch weg. Warte mal, die machen wir gleich weg. Das ist jetzt scheiße. Da ist ein X da. Ah ja, gut. Ja. Ja, die Haare. Die machen wir mal ganz, ganz, ganz bieder. Oh Gott, er ist jetzt so schrecklich. Ja. Schön, ne? Ich sehe unglaubliche Differenzen mit Dupin. Ja, ich auch. Warum ist Darpway da? Ich weiß es nicht. Ah ja, einen guten Hut braucht ihr eh nicht. Das war auch irgendein Update mit den ganzen Star Wars Kostümen. Okay. Man kann Frauen auch Leia machen. Ah, okay. Hat er eine Brille? Ich finde, der sollte eine Brille haben. Ja, natürlich. Aber eher so eine, so eine Brille. Oh Gott. Also das sieht jetzt Baby Ella aus. So ein bisschen, ne? Ja. Ja, nee, die ist schon grau. Ich weiß gar nicht, wie die neuen Karrieren sind. Ob er vielleicht sogar... Beim Sport hat er keine an. Okay. Macht der Sport? Der durchschnittliche Deutsche? Ja. Wirklich? Der ist im Sportverein. Oh, aha. Und geht dann einmal im Monat hin. Ja. Ja, genau. Ach so. Okay. Okay, das... Also so Ohrringe und Ketten braucht er eh nicht. Make-up auch nicht. Mhm. Abends. Das ist genau dasselbe. Er erinnert sich ja nicht. Nee. Okay, gucken wir mal. Das soll... Ach so, Schlafkleidung. Ja. Ja, der hat einen Schlafanzug an, was ich nicht nachvollziehen kann. Ja. Ich auch nicht. Ähm. Weiß nicht, warum jemand sowas überhaupt noch hat. Post... zwölf Jahre oder so. Ähm. Lass mal weg. Sportkleidung. Was hat er denn an? Sieht mir nicht so viel nach Sportkleidung aus. Das sind halt T-Shirts. Ja. Ich benutze bei meiner Sportkleidung ehrlich gesagt auch ganz normale T-Shirts. Ja. Ja. Ja, sowas. Es gibt glaube ich bei den Anzügen gibt es so super Sportkleidung. Okay. So furchtbare. Nee, ich lass das erst mal so bei Sport und hier bei oben dran. Ah. Abendkleidung. Mhm. So einen furchtbaren Nabelstreifen-Ding vielleicht. Mhm. Das oben drüber. Ähm. Findest du? Ja. Okay. Ich finde für den durchschnittlichen Deutschen ist er zu dünn. Ja, das auf jeden Fall. Das kann man ein bisschen boosten, aber das muss noch ein bisschen mehr boostet werden. Ja. Ich finde das so dumm. Das ist bei allen Sims bisher so, wenn du die fett machst. Oh. Also beim Dreier war das meine ich auch so. Dass das immer nur so quasi den Bauch so seltsam nach vorne drückt, als hätte er irgendwie einen Hungerbauch. Ja. Aber hier kannst du es ja direkt ziehen. Also da kannst du auch Beine und so, kannst du direkt Fett ziehen. Ja. Das ist das Gute an dem. Nee, man kann tatsächlich unterschiedliche Körperformen machen. Ja. Also ich finde das fast schon perfekt, weil die Schulpassenden da und so passt. Ja. Gut. Alltagsbeleidung? Nee. Nee, nee. Ist zu modern für den Deutschen. Oh Gott. Ja, der Streifen. Was ist passiert? Die Hose ist weg. Ähm. Wie gibt's dir irgendwo einen V-Ausschnitt? Oh, ich hasse V-Ausschnitt. Hatten wir nicht vorhin einen V-Ausschnitt bei den T-Shirts? Das sind welche, aber die sind nicht so weit. Nee, ich hätte gerne einen Pulli als V-Ausschnitt, weißt du? Ach, schon nerdig. Ach, schon nerdig, ne? Ja, sowas vielleicht. Boah, der sieht so... Na, der sieht aus, als wäre er 80 oder so. Ja. Mach's zurück. Mach's weg. Nee. Das... Oh Gott, das heißt nicht. Doch, der Streifen. Der Streifen, ja. Ja, vielleicht eine andere Farbe. Aber ich weiß nicht. Welche Farbe? Was ist seine Lieblingsfarbe? Braun oder grün oder blau? Grün passt jetzt zu seinen Haaren und sowas. Okay. Bitte zieh ihm meine Hose an. Bitte. Ja. Ja. Ich bin schon dabei. Okay, mal gucken. Das ist halt eine normale... Oh, ich hasse einen braunen Hose. Ach. So, so eine? Passt doch gut. Ich weiß nicht, die B schon draufgepasst, aber ich glaube... Ja, aber dann ist es zu... Okay. Weißt du, ich finde, das passt besser zum Pulli. Okay, die... So. Schuhe können wir Gott sei Dank lassen. Ja, das haben wir schon. Ja, das ist auch gut. Schuhe würdest du lassen? Ja. Ach nein, warte, das sind ja die so... Diese Stiefel, ja. Ähm, da hat die Stiefel, ja. Der hat ganz normale Sneaker an. Würde ich sagen. Ach, nicht so langweilige, äh, alteren Schuhe? So Laufers. Das. Ja. Ah, nein. Das ist fast zu schick für Alltag. Ja, das. Ja, okay, nein, lassen wir die Sportschuhe an. Tun wir so. Okay, das hat er... Da hat er das an. Da hat er das an. Party Outfit. Okay, wie sieht der Party... Der hat ein Hemd an. Also, das kennt man ja so ein bisschen. Ja. Aber hat so... Ja, okay. ...dumme Adidas-Samba-artige Verschnittschuhe an. Okay, das kann ich akzeptieren. Okay. Ganz, ganz steril und langweilig. Okay. Noch irgendwas? Hab ich irgendwas vergessen? Nee, ich glaube nicht. Ey, der muss abends natürlich aber auch, ähm, sehen, das würde ich nicht, auch, ähm, Brille anziehen. Das ist ja krass. Da musst du auf den Kopf gehen. Ah, okay. Oh Gott, der sieht so sauer. Es sieht so aus, als wäre er ein bisschen sauer. Ja, der ist ja auch immer genervt. Stimmt. Okay. Gut. Jetzt können wir jetzt seine Sachen da oben nehmen. Ja. Genau die Gangart. Okay. Wie hört er sich an? Oh Gott. Was haben wir denn bei dem anderen gemacht? Irgendwo da. Hm. Okay. Das ist ja schrecklich. Die sind alle schrecklich. Ich glaube das, oder? Oh, Sengulibates! Was? Du bist so dunkel. Ja, das händelst schon gut. Passt schon zu ihm. Er muss ja einen Konkrass zum Dude-Bro bilden. Was? Ja. Okay. Okay. Wie läuft er? Nein. 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 Ah, da geht's doch den. Die sind alle zu fröhlich. Ich glaube der schleppende, der fast einschläft. Okay. Der passt auch zum durchschnittlichen Teil. Okay. Ja. Ich gucke aus dem Fenster. Ja. Okay. Martin Mustermann ist fertig. Noch einen einen, oder? Jetzt haben wir eigentlich noch einen Gegenpool zu Paris machen. Eigentlich schon. Einen weiblichen, nicht äh... Ich bin ja fast immer für einen weiblichen Nerd. Das ist so mein Lebenscharakter in Sims. Könnte man echt gut machen. Dann machen wir das noch. Ich kann's ja mal probieren. Einzige. Oh, das könnte auch so eine ESO-Frau sein. Oh. Ja, das könnten wir auch machen. Ach, die Göttin hat mir etwas geflüstert. Oh ja, natürlich. Die haben dann immer so einen indisch angehauchten Touch und möchten dann unbedingt... Ja, ja, ja. Und dann so ein Bindi und was weiß ich was. Und oh, ich hab das noch ihre Zeit von Blah ausprobiert. Ich weiß gar nicht, wie man die nennen könnte. Mmm... Sind ganz seltsamen Namen. Okay, wir können sie ja erstmal modellieren. Ja, stimmt. Da sie natürlich unbedingt indisch sein möchten, ist sie natürlich super weiß. Weil sonst möchte sie ja keine andere Couture haben. Zumindest ist das meine Erfahrung. Also irgendwie immer weiße Menschen möchten da immer was anderes sein. Tja, in... Ja, ich fand die Dings, die hat das sowas, finde ich gut. Ja, muss ja nicht unbedingt indisch in dem Sinne sein. Nein, nein. Sie ist einfach nur esoterisch angehaucht. So eine ESO-Frau ein bisschen. Da könnte die eigentlich so Wuschelhaare haben. So ganz ungepflegt ein bisschen. Alles ungepflegt, aber halt so ungeschnitten. Hier sieht nichts ungepflegt aus. Ja, ich weiß. Das ist ein bisschen... Es ist alles so Barbie-haft und... Oh, da waren unten so Rasta-Dinge, das vielleicht... Rasta? Ja. Da. Das... Oder so Zöpf-Dinge halt. Achso, was für eine Haarfarbe hat sie? Vielleicht nicht unbedingt schon wieder blond? Nee. Oder sie hat sie gefärbt? Ja. Ja, es ist so ganz... Oder grün. Ach Gott, sieht das ekelhaft aus. Ja, macht das. Oh ja, perfekt. Okay. Genau. Stimmt, sie ist ja in... Aha. Ja, sie ist ja so Alternative. So ein paar... So ein paar kenne ich sogar. Also es ist... Ne, die hat gar keinen Schmuck. Stimmt, die... Und auch gar keinen Make-up. Kein Make-up. Alles entfernen? Ja. Nein. Alles unnatürlich. Ja. Nicht vegan. Okay, gucken wir da. Gesicht habe ich alles, ja. Ja. Ganz nett sieht sie aus. Ja, ich schätze, das können wir so lassen. So, okay. Der Rest. Ähm... Das Hemd. Vielleicht... Ich weiß gar nicht. Na, was hat man denn so an? Keine Ahnung. Langweilige Emo-Klamotten? Hm. Oh, sowas. Ja. Ne, das sieht aber so alte Frau aus. Ja. Es sieht so aus. Okay. Ähm... Mit so Katzen. Mit so Katzen. Die Cat-Lady. Ja, eine Cat-Lady hätte man eigentlich auch machen können. Ja, stimmt. Wir sind viel zu sehr auf Jugend getrimmt. Ja, das stimmt. Ähm... Machen wir es jetzt fertig. Wir können ja immer noch... Irgendwann Cat-Ladies machen. Okay. Oder haben die nicht diese komischen... Ja, das sieht so ein bisschen Batik aus. Und diese Batik-Sachen. Äh... Das beißt sich mit ihren Haaren. Das... Alles beißt sich mit ihren Haaren. Ja, das ist gut. Okay. Den Rock will ich... Genau. Stimmt. Der passt ja. Okay. Braucht noch eine Brille. Eine... Oh Gott. Okay. Ähm... Brinnen. Nein, die ist fast zu... Unnötig. Die da? Mhm. Schade, dass die nicht einen fetter gibt vielleicht. Mhm. Sind alle langweilig. Mhm. Okay, muss es die da oben. Das war die beste Nerdbrille. Glaube ich. Sie sind fast zu nett aus. Gibt's da... Äh... Von den Ketten gibt's nicht irgendwie so ein komisches Ding, ne? So ein Anhänger-Ding. Mhm. Ich weiß nicht. Könnte man das dafür halten? Nee. Oder der Ring. Genau. Das ist der Ring des Schicksals. Aus... Von der Kolonie so und so. Okay. Gut. Okay. Äh... Weiter. Die nächsten Klamotten. Für Ankleidung. Nein. Kein... Kein Make-up. Mhm. Oh Gott. Was für... Da passt ja gar nichts zu. Das Blumending. Das Blumending? Hä? Hä? Äh? Und dann so ein Braun oder so... Ja, oder das. Oder äh... Warte. Aber da oben... Gibt's denn... Ach, den gibt's denn anders gestreckt? Äh... 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 Flach. Flach. Superflach. Abendgradung. Leck. Wir wollen dich nicht. Ähm... Das da? Ja. Ach Gott, grässlich. Ach. Wenigstens schwarz, damit sie ein bisschen... Okay. Okay, genau. Sie hat schon wieder Make-up an. Ja, das geht ja nicht. Böse, böse. So. So, genau. Äh... Sport. Macht sie überhaupt Sport? Ne. Ich glaub, sie macht nur Yoga. Sie macht nur Yoga. Stimmt. Da brauchst du Yoga-Pants. Zählt das schon? Ja. Ja. Die darf halt keine Schuhe anhaben dann. Stimmt. Ach, geht das? Kann man die Schuhe ausziehen? Ja. Perfekt. Oberteil... Könnt man eigentlich so lassen. Gut. Schlafen. Dass das die Grundeinstellung ist. Jedes Mal. Bei jedem Sinn. Ich weiß es nicht. Vielleicht schläfst du auch nackt. Ja, vielleicht. Vielleicht ist es so natürlich. Ja, auch ohne Schuhe. Ja, aber gut. Aber da hat sie schon wieder Make-up an. Im Bett? Habe ich auch immer Make-up an. Ist auch total gut für die Haut. Ja, das glaube ich. Gut. Warum kann man beim Make-up da nicht... Ach, da. Da kann man. So. Weg. So. Gut. Das sieht furchtbar aus. Vorhin habe ich so komische Panzerstiefel irgendwas gesehen. Die muss sie anhaben. Panzerstiefel? Geh mal ganz hoch. Ganz hoch? Ja, mach mal Ausgekleidung weg. Stimmt. Wo sind die denn? Da sind diese komischen Axten. Geh mal runter. Die so mit ganz viel Schnallen waren die. Die. Das passt doch nicht zu einer... Doch. Meinst du? Ja, weil diese Alternative ist. Ach, sie ist eine Alternative. Stimmt. Da können wir ja auch... Gab es auch die zerrissenen Jeans hier? Wobei, Jeans können sie nicht anziehen. Das ist so mit Stormwatch bleiben. Nee. Das ist ganz... Das ist nicht natürlich. Die müsste schon wieder einen Rock anziehen eigentlich. Mit den tollen... Oh Gott. Das ist zu viel Auswahl. Okay, Rock. Was? Hä? Das sind aber ein paar weg. Ach, guck mal. War das derselbe? Ja, das ist derselbe. Bloß mit einem anderen Muster. Ja, mach eben so... So ein Ethnomuster. Okay. Ja, sowas. Ja. Okay. Gut. Oberteil. So eine weite Bluse oder so. Gibt es das überhaupt? Ähm. Ich glaube, hier gibt es nichts Weites. Hm. Gibt es hier nicht Bluse? Genau. Ja. Nee. Nee. Nee, nicht so gut. Hier ist alles eng anliegend und... Ja. Außer das passiert. Und das ist so ganz casual, weißt du? Ja. Es sieht fast schon zu schick aus mit Weiß. Ja. Okay. Ja, okay. Wenn dann... Gut. Ich würde sie machen. Okay. Sie ist fertig. Okay. Ähm. Liebt ihr nicht mehr? Ja. Ja, natürlich. Sofort. Ah. Genau. Was haben wir noch? Die ist unbedingt Künstler. Stimmt. Irgendwo ist er. Musik. Musik. Ja. 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 Ja, weiß man nicht. Das gibt beides, ne? Ja. Kreativ. Ja. Oder ist sie irgendwie... Was gibt's noch anderes erstmal? Hm. Hm. Familiebewusst? Nein. Sprunghaft? Hm. Kann keinen Job behalten. Ich weiß jetzt gar nicht, was da... Der ist tatsächlich kreativ, aber... Hm. Nein, ist sie nicht. Sie ist nicht gespielt. Sie müssen auch irgend so was Negatives haben, was eigentlich ganz beschissen ist. Ja, genau. Irgend so. Wahnsinnig. Wahnsinnig. Können selbst Gespräche führen und ihre Emotionen sind... Ja. Dass die so ein bisschen... Oder Chaotin. Ja. Nein, nein. Das haben wir schon beim Dude-Bro. Ich finde, das würden wir... Echt? Nee, beim Dude-Bro haben wir materialistisch, meine ich. Wir haben auch Chaot. Echt? Ah, okay. Ja. Deswegen wird er sich ja mit Martin Mustermann zoffen. Ja, okay. Gut. Also ein wahnsinniger künstlicher... Ja. Passt doch. Ist doch super. Ja, super, ne? Okay. Ich möchte natürlich irgendwie dann entweder Malerin werden oder Schriftstellerin. Die wollen doch immer Bücher schreiben. Oder Musik machen. Weißt du? So auf der Straße mit der Gitarre. Ja. Dann sollten wir vielleicht eher eine Musikbitarre machen. Ich möchte durch Südamerika reisen. Ja, genau. So wie Barney Stinson mit zu seiner Freundin. Oder was wollte der machen? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie wollte er weg. So was würde ich auf jeden Fall machen. Also das ist quasi die weibliche Barney Stinson. Vor Verwandlung. Vor, genau. Vor der Anzugzeit. Okay. Der Musik. Okay, Straßenmusiker. Ja. Gut, dann machen wir das... Enden wir das in Musik. Wow. Die sind dann auch sehr schräg. Diese Musik-Nerds. Ja. Ja, guck. Sieht an. Ja, passt. Passt perfekt. Ja. Okay, wie heißt die? Wie schreibt man diesen Typen? Welchen? Stinson. Stinson? Keine Ahnung. S-T-I-N-S-O-N. Denke ich mal. Ja, okay. Ja. Okay, Vornamen? Hm. Melodika. Ja. Ja. Oh, perfekt. Ach ja, genau. Ihr Gangart. Ja. Sie... Hm. Nein, die Hosen ist die andere. Nein, nein, nein. Oder ist sie auch so? Ja, nee. Das... Federnagang. Mal warten. Das ist doch immer fröhlich und ein bisschen verrückt. Ist das... Femininagang? Na, Femininagang. Nee. Passt nicht so ernst. Nee. Ich glaube, der Federnagang. Ja. Ach, Hochnässegern hatten wir schon. Selbstbewussteregern haben? Nein. Ich würde sagen, viel anders. Jetzt ihre Stimme. Oh, Gott. Ja, ist so ein bisschen nervig. Oh, Gott, das ist furchtbar. Das ist aber fast genau wie bei Dings. Stimmt, wie bei Dings. Oh, das ist so eine ganz tiefe Stimme. Ja, mach das. Warte mal. Ja. Oh nein, das ist zu brav. Das ist schon das. Das ist eine Stimme, die man immer hört. Überall. Weil sie so dunkel ist. Okay. Ich glaube, sie hat jetzt eine dunklere Stimme als Martin. Ja, das auf jeden Fall. Okay. Okay. Ähm, sie ist mit keinem von ihnen Verwandten oder Geschwäger. Nein. Die ist auch eine Mitwohnerin. Ja, okay. Das ist die schrecklichste WG, die ich gesehen habe. Ja. Okay. Und wir können spielen. Ja. Und sie sehen so furchtbar aus. Haha. Das sind die Besten. Haha.